Lagerungspanzer 600 583, ja komm, kauf das mal Lieferung 5 Minuten Lieferung 5 Minuten, weiß klar Paar Einheiten mal So Ja, 3, das ist eigentlich schon gut 3 Sammler zu haben, ne? Eigentlich, ja Aber die Koli geht schnell weg So 104% 104%, ja, sehr gut So Dann baut die nächste Energie Nächste Energie So Zack Geil, ja, richtig geil Bauernschweig für die Erkunden So Ja, die Koli geht direkt weg Das ist halt das Geht direkt flöten, ey So, hier hab ich verteidigt Hier kommen gleich auch noch ein paar Türme hin So Meine Einheiten kommen gleich Das ist gut Und so Sehr schön Da ist mein Strike Den gehe ich mal ein bisschen erkunden So Sehr schön Da kommen meine Einheiten da oben Sehr gut So, wir fahren mal da unten bitte Da kommen wieder die Einheiten Aus diesem mysteriösen Raumschiff So Die sammle ich mal hier unten Perfekt So, nach und nach Ergibt sich das doch, ja Sehr schön, Freunde Sehr schön, oder? Sieht doch gut aus Momentan Das speichere ich mal Zwischen Nicht, dass das wieder abstürzt Ich muss öfter speichern, verdammt So, weitere Geschütztürme Bereit, Kommander Wenn das Strike zum Beispiel Durch, äh, ein so'n Spice-Vorkommen fährt Dann ist es direkt kaputt Die Dinge halten echt nix aus hier, die Trikes Das ist so bescheuert Was ist das denn da? Was ist das? Ein Wurmnest? Keine Ahnung, ja Auf jeden Fall sieht es komisch aus Nein, kein Sammler Den kriegen wir günstiger im Raumhafen So Alles klar Aber ich find's krass, dass wir in der fünften Mission schon einen Raumhafen haben Das ist doch geil eigentlich, ja So Okay Vor allem, dass die Söldner am Anfang rein zufällig ein MBFs bestellt haben Ja Ist klar Ja, aber das ist mal wieder Spiellogik Die brauchen extrem viel Energie, hab ich das Gefühl, die Türme So, egal Ich muss sie hier verteidigen So Ah, der kann ja nicht rein, okay Alles klar, dann fahr mal hier oben hin, bitte Ich brauch noch einen Platz für eine Energie hier oben Wird gebaut Da ist der Belagerung Der ist halt auch sehr langsam, ne Die Artillerie Ist halt wie bei Kumane Komper Aber ich werd auch da drauf setzen Auf Artillerie So Dann gehen wir hier oben herforschen Jawohl, Sir Für den Herzung Oh, ich richte grad einiges an Kohle rein Schade, keine Flugzeuge verfügbar Dann aber dafür ein paar Einheiten Schade, Raketenpanzer Ja komm, hol einen Raketenpanzer Und kauf So Fünf Minuten Sehr schön Ich find das geil, das System mit dem Kaufen Das ist nochmal so eine erfrischende Komponente Hier bei Dune Auf jeden Fall So Das hat auf jeden Fall was richtig Nices Richtig Nices, was ist das für ein Wort Naja Egal So, dann geht's mal Hau ab Hau bloß ab So Okay Dann gehen wir da hin, bitte Was? Wo? Wo? Wo wird unser Stück Ja, danke Ah, da ist die Basis Okay Na egal So Wollt ich jetzt gleich noch das Forschungszentrum Damit ich die Raketenpanzer bauen kann Die Forschungszentrum sind nämlich für Raketenpanzer Richtig gut, ja So Hier das Forschungszentrum Dann noch ein paar Silus Und dann ist meine Basis auch schon fertig So, ich krieg wieder Einheiten Sehr schön Sammelt euch mal da Ja, dann kann ich direkt wieder nachkaufen Ach man Die sind so schön billig Aber warum gibt's da keine? Verdammt Ja, ist egal, würde ich sagen So So Wie viel Energie? 108 Ja, dann kann ich noch ein paar Silus bauen Und hier ist die Basis Ach du Scheiße Der viel 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 Müll da Ja So Da kommen vier Silus hin Wie bei Commander Conker auch So Hast du es jetzt? Nö, immer noch Ja, es ist wieder teuer Blöd Verdammt Ich brauch mehr Sammler Ah, das ist ein Wurm Okay Deswegen haben die geschossen Schossen Oh Mann Oh Mann So seht ihr, jetzt haben wir hier den Raketenpanzer Aber die Im Raumhafen sind die eigentlich immer billiger Die Einheiten Ja, nicht so viel 800 900 Nee, das lohnt sich gerade nicht Aber das hier lohnt sich Schaut mal Zu wenig Geld Ja, dann Nu noch einen Kampfpanzer Kaufen Fünf Minuten Ja, sehr schön So Das wird doch, meine Das wird doch Weiß ein Wurm Ja Feindliche Söldner Ah, ja gut Ich bräuchte eigentlich noch einen Sammler Mit Flugzeug Weißt du was Du kannst mal hier hinfahren Wieder Da kommen sie aber Meine Einheiten kommen auch dann dazu Sogar mit ziemlich gutem Timing Vor allem aus einem Flugzeug kommen einfach mal so Acht Einheiten raus Ist auch ein bisschen verarscht irgendwie Naja, so, jetzt haben wir alles So Weg damit Du kriegst das nicht Weg damit Sehr schön Ey Der fährt einfach rein Ist klar Der ist einfach mal so dreist Und fährt einfach mal rein Jo, hallo So Okay Drei Einheiten So, dann zeig ich mal was du kannst Artillerie Und zack Seht ihr das, wie gut die gegen Maniken sind Zack Ja, das hat nicht getroffen Jetzt kommt da wieder so ein blöder Kackwurm, ey Kann ich die wieder nicht zurückziehen Verdammt Ja, dann würde ich sagen Bau Äh Bau halt Kampfpanzer So Ich brauch doch ein Flugzeug Verdammt Sonst bau ein Flugzeug Manuell halt Ja, komm Lieferung in 5 Minuten So Oh, hier ist ein Stau Okay Geil, ja Geil Okay, cool Da haben wir das ja Die Einheiten sammeln sich Ist der Wurm jetzt endlich weg Ja, der ist da Okay Ja, gut Alles klar Wir brauchen auf jeden Fall einiges an Einheiten Weil, wie ihr seht Er hat Sauschwer befestigt So, weitere Kampfpanzer Einfach Die sind die billigsten Einheiten hier 700 Ja Kann ich hier Ne, ich kann nichts ausbauen Ich hab alles Ich hab alles, ja So Okay Die Artillerin kannst du zum Beispiel gar nicht bauen Kriege ich nur vom Raumhafen Nein, bist du verrückt Bist du verrückt Was macht der Jetzt habt ihr selber mal gesehen Wie es aussieht Wenn ein Wurm einen Sammler frisst Ach, verdammt Ein Sammler weg, ja toll Ah, dafür kriege ich einen Ja, aber Ah Intelligenz Intelligenz Ist nicht so eure Stärke, wa? Ach Bauen wir einen Sammler Komm Verdammt, ey Setzt ihr die Setzt ihr den Mitten Vorm Wurm Runter, ey Das kann doch nicht wahr sein Wie bescheuert Mensch Na, ist egal Komm Kann man ja nachbauen So, dann sammelt ihr euch mal hier weiter Ich brauche einfach 10 Panzer von jeder Einheit Und dann geht's los Platt machen, alles außer die Kaserne So Weiter speichern Aber das da eben, das war schon echt krass Ja, also mit dem, äh Riesenangriff da Was macht der Wurm jetzt hier die ganze Zeit? Geh mal weg Hau mal ab, ey Ich brauche dich hier nicht Verdammte Kacke Na, der Sammler ist auch gleich fertig Habe ich jetzt Eins, zwei Drei Sammler Okay, ja Das ist jetzt der vierte, der da baut Okay Sehr gut Dreh um Ja, sehr gut Okay Gut Zu wenig Geld Nein Komm schon Liefer ab jetzt Sehr schön Ja, Sir Du kannst mal da oben gehen So Direkt mitnehmen Da habe ich jetzt vier Sammler im Einsatz Er sollte das jetzt mit der Kohle ein bisschen besser gehen Kampfpanzer So Meine Fresse, ey Jetzt hat der echt Wurm meine Panzer gefressen, ey Fuck So, dann fahren wir da hin Bats Interessant auf jeden Fall mit den Spice-Quellen hier Das ist dann so explodiert, ja Das ist schon mega cool, muss ich sagen Ich baue noch mal einen Trike, um ein bisschen noch zu erkunden hier oben Hier kann ich noch ein bisschen reinfahren, genau Ja, ich nehme jetzt 40 Minuten auf Krasse Mission auf jeden Fall, ja So Für den Herzog Einheit bereit Was? Einheit bereit? Ah, das Flugzeug, ah, cool Ja Ja, so sieht das Tech-Zentrum halt aus Eine Hightech-Fabrik Und hier das andere Tech-Zentrum Forschungslabor Ah, das war mein Trike Sehr gut Okay, dann fahren wir hier hin Die Missionen werden länger auf jeden Fall Finde ich cool, ja Richtig nice So, ich spare jetzt einfach die Kohle ein bisschen Damit ich im Raumhafen mal wieder zuschlagen kann Ja, jetzt könnte ich zum Beispiel wieder ein Flugzeug mit Sammler kaufen, aber Das reicht langsam Vier Sammler ist schon ganz gut So, fahr einfach mal hier oben hin Gucken, ob du da Ah, ne Mach erstmal hier So Hier kannst du rein, ne? Ja, hier kannst du rein Sehr schön Einfach ein bisschen erkunden mal Um zu sehen, wo der Gegner genau ist Ja, die treffen mich Nicht angreifen So Nicht blöd sein, bitte So Ah, jetzt kann ich hier ein bisschen shoppen Zack, 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 zack Gib mir mehr Kohle, verdammt 744, seht ihr, wie billig die sind So, fahr einfach rein Und ja, hier ist die Basis, okay Das war's Boah, saubillig, ja, die Einheiten Sehr gut Da hinten hat's ja kostet Normalerweise Nein Oh Gott Also wenn ich hier rausgehe, dann ist Dann bricht das ab Okay So Ich kann noch einen mitnehmen Cool So nice, ja Guck mal, was macht der denn da wieder? Dück, 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 dück Cool So Ja Und voll und stellen Lieferung in 5 Minuten 5 Minuten, sehr gut Okay Oder soll ich die hier sammeln? Nee, ich sammle die lieber hier unten, ist besser Gibt's hier nicht irgendwo? Ein Plateau? Ah, hier kann ich die sammeln Sammle die mal da Weil das wird langsam eng So Weitere Raketenpanzer, komm Ich hab erst einen So Jetzt haben wir es Als erstes mache ich dir mal seinen Sammler da platt Das kann ja wohl nicht wahr sein So Hier ist die Basis Ist auch nicht so groß Ja Aber schon größer als in der ersten Mission Doch Und die mache ich schon mal hier Team 2 Alles klar Noch mal speichern Spiel gespannt So Meine Güte, schon viertel nach acht Krass Ja, heute kann ich ein bisschen mehr aufnehmen Schon mal ganz cool eigentlich Noch eine Minute So Eine Minute, da kommen die Einheiten Sehr schön Noch ein Raketenpanzer direkt hinterher So Seht ihr das, wie geil das ist Da kommen einfach mal so fünf Einheiten raus Oder sechs Oder ich kann Ich weiß nicht, wie viele Na, sechs Einheiten Schon heftig So, dann kommt ihr mal mit hier runter Fahrt aber bitte nicht wieder in den Wurm rein So Okay Wieso fliegt der eigentlich so weit weg Der Raketenpanzer So, den Raketenpanzer lasse ich jetzt mal da oben drauf schießen Damit da die Spice Das Spice rauskommt Dann seht ihr mal die Raketen So Zack Richtig geil, ja, die Raketenpanzer So Auch mega nice, ja Zum Fernkampf Das sind halt Fernkampfpanzer Die anderen sind halt für den Nahkampf Und Raketenpanzer schießt nochmal da drauf einfach So Ja, das kann auch sein, dass die mal nicht treffen Aber normalerweise Treffen die relativ gut So, ich brauche jede Menge davon Ach, scheiße Da gibt's keine mehr Keine Belage Warte mal, die Manneken, die kannst du wegmachen Sack Oh Na, die halten nachher auch nix aus, ne Ja, manchmal Oh, Gott Oh, Mann Lass den in Ruhe Die sind so, die sind so selten Oh, Gott Fahr, fahr schneller Sehr gut Alles klar, cool Ja, jetzt kommt er Jetzt kommt er Stell ihn hinter die Türme Damit die sich um die Manneken kümmern können So Weg damit Zack So Hohohoho Jetzt kommt der Schwall Jetzt kommt der Schwall Von eben Hohoho Zack Auf die Manneken einfach Sonst Auf die Manneken So Zack Sehr schön Wieder auf die Manneken Zack Halleluja Hey Wo kommt die denn jetzt auf einmal her? Warum vor allem? Das wird jetzt langsam zu krass hier Hallo Hallo Was ist das? Hallo Oh Was vibriert hier? Oh Was ist das denn? Alter Was ist das viel? Heilige Scheiße, Mann Hohoho Was ist das denn? Was ist das? Oh Äh Das ist jetzt Ich glaube, das muss ich Neu starten Oh Alter Ne Freunde Das muss ich leider laden Das ist leider überhaupt nicht meins Aber Puh Was war das denn? Wie viel? Alles klar, da muss ich doch ein bisschen mehr auffahren Oh 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 Meine Fresse, ja Puh Das ist schon echt krass Das ist schon krass, was der da hat Halleluja Okay, also ich darf den Sammler definitiv nicht angreifen, ey Der hat mega viel Scheiße hier drin stehen Okay Dann fahr du halt da hin Ach du kacke Ach du kacke So, dann kaufe ich drei Kampfpanzer noch So Und hier baue ich Raketenpanzer weiter, ja Jawohl Das ist schon heftig, was Ja, sehr schön Einfach durchfahren Ah, mit den Flugzeugen gibt es noch eine andere Funktion Schaut mal Wenn ich in die Werkstatt fahre mit dem, holt das Flugzeug die ab Das ist mega cool Dann geht das schneller, ja Das ist richtig nice Guck mal Der transportiert die Einheit jetzt hier unten hin Die nicht angreifen, nein Das war, weil ich die Männiken angegriffen habe, ernsthaft Okay, weiter Das ist unnormal, was der da alles auffährt So Der wird jetzt retariert So Okay Einfach mehr Einheiten Weißt du was Ich nehme kleine Einheiten auch mit Drei Kampfpanzer noch Ich brauche anscheinend auch kleine Einheiten, hm Selbst dafür habe ich keine Kohle mehr, ey Das ist nicht wahr Jetzt ist der scheiß Wurm wieder hier Äh, fahr doch mal Mensch Greif bloß nicht den Sammler an Wo ist der scheiß Wurm Wo ist der Wurm Da ist der Fahr doch nicht da rein, Mann Um Gottes Willen, ey So Krass, was der da alles Aufgefahren hat, grad eben Heftig, ja Weißt du was Nee Ich brauche anscheinend noch einen Sammler Ja, da geht ein Panzer Komm Ich brauche mehr Einheiten Ich brauche viel mehr Einheiten Der hat ja so viel Scheiße drin Mach das mal so, komm Zwei Trikes, Zwei Quats Zwei Quats Ich fange auch an mit kleinen Einheiten Hier brauche ich ja wirklich alles, was es hier gibt, hä Meine Güte, ey Das war krass, grad Das ist richtig heftig Ist ja fast schon schwer Also auf schwer Mega heftig So, okay Dann bau hier weiter Raketenpanzer So Und das hier So Und hier Zack Der Wurm hat einen Sammler von denen gefressen Oh, wie geil Wie geil Ich hab's gehört Sehr schön Na, jetzt wird er natürlich verrückt Ist klar Was zum Teufel Ja, soll er versuchen, komm Ich war's nicht Hör auf Das war der Wurm Verdammt Ja, egal Der will trotzdem mich angreifen, okay Da kommt grad rechtzeitig Ja So Ja, das schafft ihr Ist kein Problem So Gut Oh Gott Oh Gott Fahr zurück Schneller Komm Um Gottes Willen Nimm den schneller weg Zum Glück hab ich ein Flugzeug Ich war das nicht, Mann Hallo Ich war das nicht Das war ein Wurm Pender Ja, egal Die schafft ihr Die schafft ihr Was freu ich mich, wenn's die Raketentürme gibt Ja, weil die ziehen viel mehr ab Meine Fresse Weitere Raketenpanzer kommen Geile Sounds Oh Was So Fahr einfach nach Hause Komm Egal Komm Fahr wieder raus Die wollen echt auf meine Sammler, ne Egal Komm Das schaffst du jetzt nicht Ne Nein Jetzt Hör doch auf Verdammt Gibt's jetzt hier wieder Oh Mann, warum gibt's hier das nicht Verdammt Ja, komm Ey, du bist doch Du bist doch dumm Ich mein nicht euch Ich mein die KI So Zwei Raketenpanzer Ja, Sir Ich brauch eigentlich viel mehr Dings, ey Ja Ja, der Fährt jetzt eh nach Hause Meine Güte, ey Holy Fuck Holy Fuck Das war schon gerade wieder krass, Sam Es ist schade, dass ich nicht diese Hier, die Beleiberungspanzer bauen kann Unser Stiftpunkt wird angegriffen Oh Manneken Jetzt kommt er auch noch mit Manneken Ja, dann kill die Dann unterstützen wir ein bisschen, ja So Ja, natürlich Natürlich, danke Da muss ich jetzt echt einen Turm nachbauen Das ist ja wohl So Gut Dann Strike Ich brauch Anscheinend auch die kleinen Einheiten, ja Gut, dann schieß du mal bitte da drauf So Weg da So Also alle Fabriken bauen Sieht man hier schön die Lichteffekte Das ist ganz geil eigentlich So Geh mal hier hin So Schön die Lichteffekte, wie man, dass man sieht, wann die Gebäude im Einsatz sind Schon richtig cool, ja, muss ich sagen Ja Verdammt So Gut Quart So Ich nehme einfach ein paar kleine mit Ach du Scheiße 55 Minuten Ja, die Missionen sind schon jetzt was härter Ja, auf jeden Fall Halleluja Halleluja So Gut Raketenpanzer Noch einen Geil So Weitere Trike Auch wenn die direkt sterben Aber Das ist ja ganz gut, um schon mal die ganzen Miniken hier Platz zu machen So Ich bräuchte eigentlich noch eine Raffinerie, aber passt jetzt nicht mehr Ja, egal Egal, Freunde So Das reicht jetzt erstmal Ein Quad noch Dann würde ich ganz gerne hier Belagerungspanzer, aber geht nicht mehr Ja, fünf Stück Ja, ist okay Reicht das? Ich probiere es gleich Ich probiere das gleich mal Wenn der fertig ist Speichere ich das nochmal ab Und dann probiere ich das jetzt nochmal Obwohl der mega viel Scheiße da oben drin stehen hat Aber Versuch macht klug, ne So Alles klar, Freunde So Das muss doch jetzt reichen, verdammt nochmal So Wie gehe ich da jetzt am besten vor Hier Fahrt mal dahin So So Währenddessen spare ich mal ein bisschen Kohle So Die Silos sind leer, das heißt Können schon mal bis zu 10.000 Ansparen So Dann fahrt ihr mal dahin Bitte Zwischen diese komischen Keine Ahnung, was das ist So Alles klar Der nimmt nach wie vor auf Ja Ja, ich hab's Ich hab's ganz gut hingekriegt Jetzt mit dem Loilo Ja Da ist der Wurm Ha Ey, das ist ja intelligent Die schicken Die tun sich ernsthaft auf das Dings drauf Das ist ja geil Ja, Wurm ist egal Die stehen eigentlich alle Jawohl, Sir Der geht sowieso dahin Ja, na dann Ha Der Sammler kommt Sehr schön Ha Dann kann ich den jetzt schon mal angreifen Dann kommt dann Dann schickt er seine ganzen Einheiten Oh, jetzt kommt's Ja Wie bei Commander Conker Wie bei Commander Direkt weg Zack So Weg damit Jetzt kommt's Jetzt kommt er Schaut euch das an Das ist geil Das ist so geil Alter Gut, dann mach mal bewachen So So Wachdienste Dann schaut euch das einfach mal an Es ist so krass, was da hier auffährt Ah nein, aber sowas sollte ich vermeiden Oh Alter Alter Das ist krass hier So Mach mal wieder Wachdienst Komm Oh Das reicht nicht Alter Heilige Scheiße So Dann fahrt die platt So Doch, es reicht Sehr schön Durch die ganzen Raketenpanzer Mega stark Ja Bumm Weg damit Sehr schön Gut, das haben wir Geil Was macht der denn da Was für Stütz Stützpunkt Stützpunkt, hä Okay Ja gut Scheiß drauf So Ja Sehr schön Das haben wir Sehr gut Das haben wir geschafft So Alles klar Dann schieß mal drauf da Für den Herzog Komm schieß Und zack Sehr schön Zack Oh Was macht ihr denn? Seid ihr dumm? Seidkommander Naja So Freunde Wir müssen alles Killen Außer die Kaserne Stimmt Dann schieß mal drauf Seht ihr mal Wie viel Schaden Diese Raketenpanzer Machen Schaut euch das an So Und die Geschützpanzer Die Artillerien auch Boah Der hat noch mehr Scheiße Um Gottes Willen Ach du Scheiße Boah Das ist ja wohl mal Übelst krass Das ist heftig Ach du Scheiße Das reicht ja mal Gar nicht Ey Holy shit Oh Alter Wie viel Panzer Hab ich jetzt hier hingeschickt Bereit Kommander Für den Herzog Einheit Oh Okay Sehr gut Dann Mach mal voll So Ach du Scheiße Ich muss noch Einen Angriff machen